Läuft das? Oh. Ja, äh, hallo und, äh, komm ich hier raus. Hä? Was macht der hier? Sir Fortesque. Fortesque heißt das, du. Fortesque. Ja, ja, ähm, ja, herzlich willkommen zu Portal 2. Wir spielen eine Koop, äh, wie heißt das? Race? Race? Genau, Community Map und eine Racemap. Mir ist gerade der Drops in den, äh, in die Kehle gerutscht. Äh, ja, eine Racemap. Mal gucken, was passiert. Wer schneller ist. Wer schneller ist. Spiel ich wieder, ähm... Peabody? Ja. Mhm, nee, oder? Peabody war doch der rote. Hm. Oder? Weil, ja, doch, Atlas ist der blaue. Genau, ja. Ähm, ja, Peabody. Steht auch klar. Ja, genau. Oh yeah, bitch. Und, ah, es fängt jetzt schon an. Ich hab keine Ahnung, ich... Press... Ah, Music. Oh, mach mal Musik. Ach, ich kann die Labs einstellen. Ey. Wie machen wir? Ich weiß nicht, was passiert hier? Mach mal, äh, nein, 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 nein. Ich bin schon... Ey, du hättest du Musik ändern sollen. Ich... Ich weiß nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, es geht jetzt los, oder? Ich kenne die Steuerung noch nicht mehr. Ein. Ein? Wow, was? Wow! Wow, wurde grad gesteuert. Ich auch. Klar, uns geht los. Oh, hä? Ach, wir sind... Ach, wir sind in einem Raum. Oh nein, ich bin hier gegen jemand. Nein, du bist vor mir. Nein! Au. Wow. Hä? Wow. Was denn? Nein! Nein, nein, nein. Verkackt? Ich muss noch hier zurück. Ja. Aha. Was? Nein! Das kostet natürlich Zeit. Oh nein, jetzt... Oh nein, ich muss noch zurück. Ich glaub's nicht. Ah! Wow! Nein! Oh! Ey, wir sind vor die Klicken, Junge. Ich konnte das in der Story schon nicht. Was? Wie sollen wir denn hier? Hallo? Und bist du da wo? Ach, da bist du. Haha. Hallo, wie sollen wir denn bitte... Dreh dich um. Ah, okay. Ich hab schon zu viel gesagt, eigentlich. Ja, ich hab's nicht gesehen. Boah. Boah! So, und jetzt? Einfach weiter? Ist das richtig? Nein. Ah, okay. Nein! Boah. Hä? Fuck. Was? Schnell, schnell, schnell. Nein! Sieht, ja! Es ist nicht mal ein Test. Ach, ist das da? Ja, ja, dann wär ich auch fast runtergefallen. Nein, andere Richtung. Siehst, du siehst alles, oder? Ich sehe, wenn ich Tab drücke, sehe ich, wo du bist, ja. Okay. Boah. Boah. Ich kann hier irgendwie Tab gar nicht mehr los... Also, ich hab hier so'n Dauer-Log. Echt? Ja. Ich kann das ja mal zeigen, damit die View das aufsehen. Ja. Boah, ich muss grad aber... Ich glaub, du bist vorne, ne? Ja, aber... Zeit. Nein! Ich hab nur kackt! Ja. Okay, wo bist du genau? Also, bist du vor mir, oder? Ja, ich bin vor dir. Ich bin im Second Labs. Ich hab nochmal vorlangfangen. Du bist noch am Ersten. Nein! Nein! Hey, der ist stehen geblieben! Oh Gott, bitte nicht! Dankeschön, lieber Gott! Warum bist du jetzt nochmal da? Äh, es gibt mehrere Runden. Ja, der Ball, weil... Hä, der kriegt irgendwie bei mir, oder ist er immer so... Langsam. Nee, wenn du plötzlich nicht mehr auf, äh... auf Orange, dann... ...gibst. Ja, nee. Hä? Nee, manchmal wird der irgendwie immer langsamer. Jetzt schon wieder. Echt? Nur bei mir? Na hier lang. Hey? Hier kannst du noch irgendwo lang. Versteigert. Was ist das? Wie viele Runden gibt's denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Boah. Nein. Ich verkack hier immer irgendwie. Wo bist du denn gerade? Ach da. Ja. Lab 3? Ich bin auf der dritten Runde. Uiuiui. Anleiten. Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Ah, ich seh's. Ja, ja. Wow, den Turn hab ich am Rücken gekriegt. Ich find's cool, dass du so... Eine Runde Rückstand, ne? Eeeh, ja ne halbe. Find's cool, dass man so... Ah, fuck. Au. Dass man so, äh... Oh nein, was mach ich denn hier? Nein! Bist bei mir, oder? Nee, cool. Fuck, was? Fick dich! Ui! Nein! Boah, leck mich! Ich krieg das nicht hin hier! So, boah, endlich. Ja, danke, dass du dauerst. Mann, ist der so langsam, wenn der... wenn man nicht auf... ist, oder? Jaja, dann ist er extrem langsam. Ach, jetzt bis zuerst? Ja. Ich hab noch eine Chance, ne? Der wird irgendwie immer langsam, wenn... also manchmal wird der irgendwie immer langsamer. Ich hab das auch, also wenn ich eigentlich auf dem Gehen bin. Ne, ne, so, wenn ich auf dem Gehen bin. Gar nicht. Nur für einen kurzen Moment. Ich geh jetzt mal hier lang. Ich weiß gar nicht, da geht's auch rechts lang. Oder ist das hier in den Weg, oder? Oh, das wird nicht gemacht. Dann muss ich mich mal wieder selbst loben. Lab 4. Wie viele gibt's denn? Ich bin keine Sekunde schneller geworden. Ich weiß nicht, wie viele Runden gibt's es. Ach. Oh. Geht das? Kann ich hier? Ich hab keine Zeit, aber... Nur mich zu ärgern. Ach ne, es geht gleich weg. Fuck, ich werd jetzt eingebunden. Wo fliegst du denn da lang? Keine Ahnung. So, jetzt aber. Jetzt aber. Nein! Boah. Ach, komm doch. Boah. Und die sterbt jetzt. Nein! Boah. Aber du, ich... Du hast es aufgeholt irgendwie. Ja? Ja, ja. Vielleicht hol ich dich ja in Runde 20 ein. Wollen wir es hoffen, oder? Sieht aber cool aus, die Maps. So im Weltall. Ach so, ja stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein! Ach, komm schon. Aber ich find's cool, dass wir die Schritte... Also wir haben immer dieselben Schritte irgendwie. Nein! Oh, ja gut. Die selben Schritte. Die selben Schrittzahl. Wird aber angezeigt. Auch in der Kampagne, wo das auch immer richtig gesagt. Echt? Also wo die Frauenstimme immer gesagt hat, dass der eine besser ist als der andere. Ja, das fand ich geil. Und die ganze Zeit war ich der Dumme und am Ende war ich plötzlich besser. Ja. Ach ja, Gledos. Machst du Glück noch nie Parteiisch. Gut, die hat das nochmal fertig gemacht, weil der so rund ist oder so, ne? Oder weil der so ein Modul hat, das nicht dümmer macht oder so. Ja, ja. Nein! Lachen wir mal. Scheiße! Hörst du auch das Lachen? Ja. Das Lachen. Aber es gibt so Sachen, dadurch wird man schneller, wenn man das macht, ne? Also... Was denn? Ja, das eine oder das andere. Also man hat die Möglichkeit hier ein bisschen schneller zu sein. Meine ich. Meine ich zu wissen. Genau. Zum Beispiel nicht sterben. Also ich krieg's jetzt ganz gut hin, ist ziemlich flüssig. Boah, aber du holst irgendwie immer so ein ganz kleines bisschen auf. Also es kann sein, dass das am Ende tatsächlich knapp wird. Ich frage, wie viele Runden es gibt. Keine Ahnung. Ich glaub, zehn war das. Eingestellt. Ich weiß aber nicht, ob... Ich glaub schon. Das war richtig gut gemacht, ne? Leider wird man grad gesprungen... Ach, stimmt, ich werd auch langsam. Ach, kack. Wenn man grad gesprungen ist, dann wird man, äh, langsamer, weil man dann nicht richtungsweg sein kann. Hm. Oh Gott. Ey, die Anzeige... Orange ist so ein Lab... Next Lab wird immer, äh, kommt immer näher irgendwie. Also da bin ich... Dann bin ich... Immer näher. Zu meinem eigenen. Macht mir Angst. Ne, aber du hast noch mehr als eine halbe... Runde Vorsprung. Oh, so, ich bin kack jetzt nicht mehr. Ey, was? Was machst du denn da? Das hatte ich ja gar nicht. Das war also dein Triegel... Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Boah, wenn du die ganze Zeit auf eine G läufst und dann plötzlich nicht mehr, dann bist du voll arme. Ja. Ich glaub, ich hab ne gefühlte Sekunde gewonnen. Oh nein. Oh. Hä, was macht der? Ich kann... Was? Ich kann ihn nicht steuern. Hallo? Ey, der geht automatisch nach vorne und rechts. Echt jetzt? Ja. Guck doch, ich bin hier in der Wand. Oh nein. Nein. Oh Mann, ich hasse es. Nein. Alter, jetzt muss ich so quer laufen. Alter, leck mich. Ich laufe mit dem roten Gel und kurz vor dem blauen Gel und dann hört er auf zu rennen. Und dann kann ich nicht mehr drüber springen. Ja, ja. Oh, komm schon. Nein. 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 Ich werd hier voll eingeholt. Nein. Lauf, du Schlappe. Lauf. Jetzt, jetzt, jetzt. Go, go, go. Zeit schinden, go. Ich bin da, wo du eben warst. Fick dich. Boah, lauf. Boah, scheiße. Ich stell mal grad zu prüfen, wo der ist. Oh fuck, du bist unter meinen... ...viel näher gekommen. Boah. Fass. Geilocity verkackt. Ich hab auf dein Bildschirm geguckt habe. Macht aber Spaß so wenig, so ein Raysman. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie... Ich find cool, wenn man noch so ein bisschen mehr machen könnte. Ja, Geilocity 2, ne? Sehen wir ja gleich. Alter. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Okay, gut. Oh nein, ich bin in die Wand gerannt. Ich meine, ich wär schon einiges näher, wenn ich nicht die ganze Zeit stehen bleiben würde auf dem Geil. Ja, du bist tatsächlich... Also, du bist überhaupt näher. Du bist jetzt nur noch ein bisschen... Ich würd mal sagen, eine Viertelrunde hinter mir. Alter, ich muss mich auch noch mal beeilen jetzt. Okay, es sind ja noch... ...chon... ...noch drei. Also, das ist jetzt die drittletzte. Ein Patzer und das war's. Hauptsache, kein Druck. Oh, oh, fuck. Ich bleib auch immer stehen. Oh, oh, fuck. Hast du die Map schon gespielt, oder? Ich hab sie angespielt. Ich wusste, dass es halt ein Racemap ist, aber ich hab nicht ganz gespielt... ...kein Lab gespielt hier. Ich war nur in diesem komischen Intro-Room, da mit dir ja Musik hören. Okay. Ey, du bist unwitzig. Ein Viertel... Ein Viertel Lab hinter mir. Ein Fehler und das war's. Go! Run, Bitch. Machst du mal Beschleunigung, Bitch. Ja, Masse stimmt, ne? Bei Atlas. Was? Oh Gott. Ich hab verkackt. Oh. Oh nein, ich hab verkackt. Oh nein, ich hab verkackt. Ich hab vergessen, Fatal zu machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, machst du doch! Nein, nein! Oh nein, machst du doch! Schnell, schnell, schnell. Nein! Nein! Ich hab eine Sekunde gefällt. Nein! Ich bin in die Suppe gefallen. Ist das alles von neuem? Nein! Oh nein, ich seh nicht! Ich seh nicht! Oh, lau! Nein, das ist die letzte Runde. Ja, nein! Ich geh schon nach einer. Oh, lau! Final Lab! Ey, den er jetzt verkackt hat verloren, ey. Oh, lau! Hilfe! Nein! Lau! Ich schieße jetzt auf meine Portale. Boah, fick dich! Nee! Fick dich, du Arschloch! Ja! Boah, fick dich! Was? Tschüss! Du ver-fickter! Arsch, ey! Okay, nicht verkacken. Letzte Runde. Wichser! Wichser! Ah, Sieg! Sieg in der letzten Runde. Nein! Ja! Ah, Sieg! Und? Wichser! Fick dich, echt! Oh, gute Musik! Glückwunsch! Du bist schneller als alle anderen! Ja, ja, runter da! Ja, ja! Ich hab verdient gewonnen, ey! Du hast mein Portal zerstört! Weil du keinen Skill hast! Hui! Ja, das war's! Sagt viel über unseren Charakter aus! Tja, in der letzten Runde! Die letzte Runde gehört auch noch zum Rennen! Ja, aber wenn du billige Tricks benutzt! Okay, ich würd' sagen, wir machen Teil 2 jetzt, oder? Was? Ja, weiter, oder? Ja, Part 2! Und da geht der erbitterte Kampf weiter einfach! Ja, bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!